Wie erstelle ich eine Pritzen-Crypto-Wallet in einer Minute? Laden Sie die Pritzen-Software nur von offiziellen Ressourcen herunter und installieren Sie sie, prism.space. Wählen Sie GitHub. Klicken Sie auf den Link, benutzerfreundliche Online-Geldbörse V1.3. Wählen Sie die Sprache Ihres Landes. Klicken Sie auf Registrieren. Es öffnet sich ein Fenster mit der Generierung eines privaten Schlüssels. Um die Sicherheit des privaten Schlüssels zu erhöhen, fügen Sie 16 zufällige Zeichen an zufälligen Stellen im lateinischen Alphabet von A, Z, Z hinzu. Sie können die generierten Wörter auch vollständig löschen und sich den gesamten Schlüssel selbst ausdenken. In diesem Fall müssen Sie mindestens 113 Zeichen in lateinischer Sprache eingeben. Der Schlüssel wird generiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren. Erstellen Sie ein Textdokument. Fügen Sie die kopierte Passphrase ein. Aus Sicherheitsgründen duplizieren Sie den privaten Schlüssel mehrmals. Speichern Sie nun das Dokument. Kopieren Sie den privaten Schlüssel aus dem Textdokument. Das muss getan werden. Gehen Sie zum Browser. Klicken Sie auf Anmelden. Fügen Sie die aus dem Textdokument kopierte Passphrase ein. Dies ist der Schlüssel zum Einloggen in Ihre persönliche Brieftasche. Klicken Sie auf Brieftasche eingeben. Dies ist die interne Schnittstelle des Wallets. Glückwunsch. Sie haben Ihr persönliches Prism Wallet erstellt. Sie haben Ihre persönlichen Daten nicht eingegeben. Sie haben das Wallet nicht per E-Mail autorisiert. Sie haben Ihr Telefon nicht verifiziert. Schlussfolgerung. Das Wallet ist zu 100% anonym. Dies ist die öffentliche Adresse Ihrer Brieftasche. Auf der Prism Blockchain kann jeder diese Adresse sehen. Aber niemand wird beweisen können, dass die Adresse dieser Brieftasche Ihnen gehört. Klicken Sie auf die Adresse in Ihrer Brieftasche. Öffentliche Details aus Ihrer Brieftasche sind herausgekommen. QR-Code zum Übertragen von Münzen auf Ihre Brieftasche. Unter Adresse und öffentlicher Schlüssel. Kopieren Sie sie in ein Textdokument einfügen. Wir machen ein Foto von diesem Dokument. Drucken Sie auf einem persönlichen Drucker. Und wir übertragen alle Daten aus diesem Dokument auf Ihr USB-Flashlaufwerk. Aufmerksamkeit. Die Passphrase wird nur in Ihrem Word-Dokument und auf Ihrem Flashlaufwerk gespeichert. Dieser Schlüssel zu Ihrer Brieftasche wird nirgendwo anders gespeichert. Melden Sie sich mehrmals mit der Passphrase an und stellen Sie sicher, dass Adresse und öffentlicher Schlüssel übereinstimmen. Die Passphrase kann nicht geändert werden. Und kann nicht wiederhergestellt werden, wenn das Flashlaufwerk verloren geht. Wenn Sie Ihre Passphrase verlieren, heben Sie keine Münzen aus Ihrer Brieftasche ab. Es gibt keine Treuhandverwaltung Ihrer Coins. Es gibt keinen Vermittler zwischen Ihnen und Ihrem Portemonnaie. Niemand außer Ihnen kann Münzen aus Ihrer Brieftasche senden. Du und nur Du bist der Herr über Deine Münzen. Sie und nur Sie sind der Eigentümer dieses Passworts. Sie und nur Sie sind der Besitzer dieser Brieftasche, von der Sie die Passphrase haben und nur Sie. Jetzt können Sie, verwenden Sie Ihre Brieftasche. Tätigen und empfangen von Transaktionen. Generieren Sie neue Münzen in Ihrer Brieftasche. An der Unterseite der Brieftasche befinden sich mehrere Schaltflächen. Validdaten. Heller und dunkler Bildschirmknopf. Schaltfläche, um Münzen an den Kunden zu senden, indem sein QR-Code gescannt wird. Abhebung von Münzen aus der Brieftasche an die Daten des Kunden. Oben, wenn Sie auf dieses Auge klicken, können Sie private Daten über Ihre Brieftasche sehen, die niemandem angezeigt werden sollten. Sie können sie nur anzeigen und ausdrucken, wenn Sie sich mit einer privaten Phrase bei Ihrer Brieftasche anmelden. Erstellen Sie Ihren vierstelligen PIN-Code. Merken Sie es sich. Setzen Sie es erneut ein. Jetzt kann das Dokument gedruckt werden. Wechseln Sie in den Punktbereich des Pritzem-Repositores. Klicken Sie auf den Link, um den Windows oder Mac OS X Client herunterzuladen. Linux. Laden Sie die Wallet-Installationsdatei für Ihr Betriebssystem herunter und installieren Sie die Prism Wallet Software. Dies ist der sicherste Weg, um Ihre Münzen von Ihrem PC aus zu verwalten. Installieren Sie Prism Core auf Ihrem Computer und fangen Sie an zu schmieden. Weitere Details auf der offiziellen Website. HTTPS skeptischer Smiley PZM Space & Prism Forging. Alle Links unter dem Video in der Beschreibung. SNI nötig. PETTPS